Wollen Sie Ihr Kind zurückhaben, dann schicken Sie mir 2000 Euro. Wir schicken ihm 2000 Euro. Okay, wir rufen ihn schnell an. Wir schicken ihm sofort 2000 Euro. Gut. Kommen Sie in den Wald. Wir rufen die Polizei. Kommt zum Berliner Stadtpark. Misst die Polizei. Wir schicken Sie auf den Wald. Wir schicken Sie auf den Wald.